Hallo zusammen, heute war ich wie angekündigt in Siena. Obwohl ich schon früh dort war, hatten sich bereits vor den Sehenswürdigkeiten lange Schlangen gebildet. Ich bin nicht der geduldigste Mensch und habe mich leider nicht in die Schlangen eingereiht, um in die Innenräume der Sehenswürdigkeiten zu gelangen. Ich habe nur Bilder von außen gemacht und daher ist der Film eigentlich unvollständig. Es gibt jedoch genügend Filme auf YouTube und so weiter, welche auch die Innenräume der ganzen Sehenswürdigkeiten zeigen und muss heute leider auf die anderen Filme verweisen. Ich muss mich dafür entschuldigen und ich hoffe, ihr seht mir das nach. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020